So, willkommen, da sind wir wieder bei Infamous Second Son. Ich mir, dass du da vorne nicht cool hast. Wir versuchen es erst mal unbemerkt quasi. Das ist ein sehr stilles Let's Play, weil halt viel gesprochen wird. Das ist viel Video. Das ändert sich später aber. In der Zwischenzeit hättest du dich aber bitte bedeckt. Ich könnte sie erschrecken, wenn ich mit einem Bio-Terroristen auftauche. Okay, Mr. Boss. Wir gehen, oh. Yo. Hm. Das ist eine registrierte Schusswaffe. Ich bin Polizist. Na gut, hier ist der Reihe auf. Das ist der Bus. Mit zu seinen Freunden. So, und jetzt sind wir dran. Oh. Besten zwei von drei? Dersin, hör ab! Den Teufel werde ich. Man soll immer alles rauslassen. Dersin, bleib in Denkung. Sag mir nicht, wie ich kämpfen soll. Dersin, hör ab! So, den hinten haben wir. Die laufen ja alle von mir fest von mir. Das sind ja Verdächtige. Ich wollte gerade sagen, das können ja alles keine Bio-Terroristen sein. So, wir brauchen aber genau hier. Ja, sie machen halt direkt Platz. So, ich hoffe nur... Okay, heilen tun wir relativ schnell. Dersin, wir wurden getrennt. Bist du okay? Mir geht's gut. Prima. Wie du gesagt hast, ich halte mich bedeckt. Halt dich weiterhin bedeckt. Ich ruf an, wenn ich was habe. Da will ich wegrennen. Nein, 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 warte. Ich komme in Frieden. Tut mir echt leid, aber... Gut, das tut mir vielleicht auch nicht ganz doll leid. Kehren Sie sofort in Ihre Häuser zurück. Oder wir eröffnen das Feuer. Boah, es sind ja ganz schön viele. Ich habe keinen Rauch mehr. Ich habe keinen Rauch mehr. Verstanden. Wie sieht so ein Ding denn ganz genau aus? Wie eine große, gepanzerte Mobireeinheit mit seitlichen Anschlüssen und viel Funkausrüstung auf dem Dach. Da. Hä? Ich werde gerade zu. Wer denn? Ach, da oben. Wo sind denn noch Gegner? Ich sehe gerade gar nichts. Oh, das tut mir leid. Den hätte ich auch freundlich behandeln können. Wollte ich aber irgendwie nicht. Irgendwo fliegt hier doch was rum. Noch irgendwo verletzte? Ich glaube, ich sehe ihn. Riesenwohnmobil mit Scheinwerfern und Metallzeug auf dem Dach. Okay, gut. Da sollten Lüftungspaneele an den Seiten sein. Schalte genug von denen aus und der Kern wird überhitzen und frei. Okay. Paneele wegpusten. Klar. Mann, das fühlt sich gut an. Das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Habt ihr ein bisschen Rauch für mich? Geht voll schnell leer. Müssen wir upgraden irgendwie? Boah, die haben auch so eine Betonkraft. Boah. Denk dran, finde die mobile Kommandozentrale und zerstöre sie. Dann haben wir es leichter. Ich habe keinen Rauch mehr. Wie soll ich das denn kaputt machen, wenn ich keinen Rauch mehr habe? Hier ist auch... Ach, da. Falscher Alarm. So, jetzt gehen wir mal rüber auf die Seite. Das sind echt viele. Den Hauptenergiekern müsste oben drauf sein. Oh. Aber diese Orgistin checkt ja, dass einer, der zufällig auch eine Rauchfähigkeit hat, wieder mit dabei ist. Wow. Oh. Das ist diese Rüstung, die ich vorhin meinte am Fangsraum. Die kleineren Typen sind mir lieber. Oh. Die legen sich echt mächtig ins Zeug. Die kleineren sind mir definitiv lieber. Ja, aber die kleinen kommen ja auch noch. Schnell. Schnell. Oh. Echt? Nein. Runter da. Oh. Oh. Ich dachte gerade, ich bin down. So. Wo ist er jetzt? kurz und knapp oh, 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 oh so, jetzt na, wer will noch Ärger da ist aber noch eine Person, da können wir helfen hey, Delsen, mir fällt gerade ein die DOPs haben doch alle Betonkräfte, stimmt's also musst du sie nur einem von ihnen abstatten und wir können nach Hause tja, und wenn das nicht klappt, heißt das du hast dich gesehen wir können trotzdem nach Hause